Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Da steht Sekunden! Bist das gefilmt? Ist das auch noch auf Film? Weißt du noch auf Filmmode? Boah, guck dich das mal an, ey. So cool. Das ist... Wie heißt das nochmal? Triangel. Ach ja genau, Triangel. Von Köln. Das sieht einfach nur Hammer aus. Guck dich diese Aussicht an. Richtig heftig, ne? Ja, richtig geil. Ich will nicht nach unten gucken, Kiku. Einmal kurz nach unten. Boah, Hilfe. Also ich war schon auf blonden Ei. Und... Wo war ich noch? Auf dem Eiffelturm. Kathedrale Notre Dame und so weiter. Okay, da hatte ich schon mehr Angst als hier. Also hier geht's eigentlich voll klar. Wie ihr sehen könnt, die ist nicht in einer Glaskuppel. Und zwar, man kann den strahlend blauen Himmel hier oben sehen. Also für jeden Köln-Fan ein Muss. Ich bin hier jetzt das erste Mal drauf. Und... Oh mein Gott, dass ich nicht schon vorher hier drauf gegangen bin. Wirklich. Das ist echt eine Schande. Richtig schön. Einmal hier mal so rundherum. Das ist hier das Ende. Oder? Ne, also nicht das Ende. Das ist hier ein Kreis. Naja, okay. Boah, Alter. Guck dich das mal an, ey. Oh mein Gott. Oh, voll schön. Oh, voll schön. Wir haben aber auch einen schönen Tag ausgeführt. Boah, ich hab auch so eine Scheißhöhenangst immer, ne. Aber hier geht's irgendwie... Klar, ich kann hier echt so... Ne, ich kann wirklich nicht mehr. Ich kann hier so... Ne, das Glas anfassen. Und so, das geht total. Aber ich weiß doch, als ich in der... In dieser Glaskuppel war im Wonken Eye. Da stand, dass man sich nicht gegen das Glas lehnen darf. Und da hatte ich so einen mega Schiss, ne. Ihr glaubt mir das nicht. Ich hab so ängstlich. Ohne Witz, ey. Ich dachte... Ich dachte, wenn man sich gegen das Glas lehnt, so eine Sekunde oder so... Ist man rot. Und fliegt runter. Ich hab mich grad so zwei Kinder angestört. Die dachten wahrscheinlich irgendwie... Ich bin bescheuert, weil ich mit einer Kamera rede. Guck mal, man kann da oben den Mond sehen, da. Den sehe ich in letzter Zeit immer öfter, ne. Also jeden... Auch so am helllichsten Tag, ne. Ich seh den immer. Ist richtig krank. Da oben. Richtig cool. Da ist nochmal der Dom. Ich weiß nicht, ob man den gerade gesehen hat, weil ich mich selber irgendwie in meiner Kamera nicht sehen konnte. Und da ist die Brücke mit den vielen Schlössern. Da unten, ne, genau. Hast du da auch ein Schloss? Ne, natürlich. Mit mir selber. Für die Mutti. Hast du... Du hast auch mal den Valentinsfeld angesehen. Wo ich alleine... Ich war... Ich bin da echt wie so eine verrückte... Alleine im Zoo gewesen. Und dann hat dann dieses Herzchen gesehen. Ich mache schon mal ein Selfie. So im Herz. Und ich hab da auch kein Schloss. Ja. Ich sagte die... Ich wollte sagen die Hälfte, aber nein. Mit Sicherheit viel mehr. Ja. 80 Prozent. Ja. 80 Prozent sind getrennt. Ja. Da wurden sehr, sehr viele Schlösser entfernt, weil... Stimmt, ne? Irgendwie der... Dingens... War es nicht zu schwer oder so? Ja, ja. Das war zu schwer, genau. Guck mal, da ist so ein Kajakfahrer. Oder wie nennt man das? Ich weiß nicht, so ein... Warte, der kommt da gleich auf der anderen Seite raus. Warte. Der hat so ein rotes Boot irgendwie. Ja, ja. Wo ist denn sonst ein Kajakfahrer? Da unten? Da unten ist ein Kajakfahrer. Ja, ich wollte gerade gucken. Hä? Was meinst du? Auf der Straße. Du bist echt... Du bist so bescheuert, ey. Ich seh aber nichts. Ja, der kommt gleich da raus. Boah, viel zu lahm. Ja, mach du das mal. Weißt du, wie viel Kraft man in deinen Armen braucht? Guck mal, hier kann man auch den Dom sehen. Was? Da kann man auch den Dom sehen. Da, da. Achso, ja. So von der Rückseite. Das wollte ich dir nur zeigen. Wo ist der denn? Ist der irgendwie abgesoffen oder? Ach, da vorne. Da sehe ich den. Ja. Hä? Wie ist der denn jetzt da vorne hingekommen? Der ist doch unter der Brücke und dann müsst ihr doch eigentlich da hinten durch, oder? Eigentlich schon. Wahrscheinlich hat der umgedreht oder so. Aber du bist mir auch so eine. Wo denn? Wo denn guck ich auf die Straße? Ja, was ist denn dein Kajak? Ja, jetzt weiß ich es. Ach, da, ne? Doch, doch, da unten. Da, wo dieser Kajakfahrer gerade war. Da unten. Da auf der Straße. Guck da, da vorne. Krass, ich sehe so voll schlecht, aber nicht so. Ja, genau. Ja. Ne, da ist das, da ist das, äh, Dingens. Ist das ein Marienkäfer? Guck mal, hier ist ein Marienkäfer, glaube ich. Das ist total uninteressant. Wenn der andersrum wäre. Oder? Ist das ein Marienkäfer oder ist das ein anderer Käfer? Ich weiß es nicht. Ein schwarzer, ne? Das ist ein schwarzer. Oh. Boah, aber die haben aber echt... Mhm. Boah, die haben aber echt Glück mit dem Wetter, ey. Das ist so schön aus, wenn die heiraten. Und, äh, übrigens, das kostet nur 3 Euro, hier hochzukommen, also für Erwachsene. Für die kleinen Kinder ist das sogar noch günstiger. Ist doch 250 oder so. Die Steine ist vor der Tür. Ja, wirklich. Das war hier, ne? Ihr müsst euch das mal angucken. Jetzt ist es noch leer, ne? Aber, äh, gerade. Es war bis oben hin, ne? Bis oben hin. Ja. Man konnte gar nicht durch die Tür gehen. Ja, man konnte richtig gar nicht durch die Tür gehen. Und jetzt ist es leer. Wir waren gerade im 28. Stock übrigens. Das wollte ich noch sagen. Und... Und das ging recht schnell dafür, dass wir ziemlich hoch waren. Also, ja, ja, das stimmt. Wir hatten eh wirklich innerhalb von Kunden. Ja, das waren noch nicht mal zwei Sekunden los. No, und? Geht mich noch schneller. Ja. So, jetzt sag ich mal tschüss. Ihr montereist mich. Ich spasse. Tschüss.